Und der gelbe Blütenstempel. Das gefällt mir sehr gut. Das sieht ganz, ganz toll aus, finde ich. Rot. Gelb. Das soll ein Paradiesvogel sein, wahrscheinlich. Doch, das ist ein Paradiesvogel. Mit einer Blüte im Schnabel. Prima, da ist unser Seidenumhang. Jetzt gehen wir wieder da hoch. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, liebe Frau. Recht herzlichen Dank auch im Namen des Kaisers. Bis dann, tschüss. So, latschen wir wieder zurück. Majestät, Ihr Umhang, bitteschön. Du hast mir drei wundervolle Geschenke gebracht. Ich verspreche dir, mich nicht am Krieg zu beteiligen. Das ist aber schön. Danke, Eure Majestät. Darf ich euch noch fragen, wohin der Illusionist gegangen ist? Nimm diesen Diamanten. Er wird dir helfen, deinen Feind zu finden. Okay, dann setzen wir wieder mal ins Tor ein. Und drei. Das Portal ist offen. Ich kann jetzt hindurch gehen. Dann mal gucken, wo wir jetzt landen. Also jetzt waren wir in China. Das haben sie auch schön gemacht. Guck mal. In Ägypten. Schön, ich bin in Ägypten. In Ägypten? Das ist die Heimat einer anderen großen Armee. Woher weiß der Illusionist so viel über diese Armeen? Er hat früher an unserer Akademie studiert. Sein Name ist Damien Hart. War er einer ihrer Studenten? Ja, er war mein bester Student. Naja, kein Wunder. Und was ist mit ihm geschehen? Stolz hat sein Herz vergichtet. In seinem Wahn, sich über alle anderen zu stellen, hat er viele böse Sachen getan. Aber nun genug davon. Du musst mit Anubis sprechen. Ein Student der Magischen Akademie. Hm, sehr interessant. Okay, nun, wo ist der Eingang? Ägypten zu besuchen, ist viel spannender als Geschichtsunterricht. Das glaube ich. Kamel. Dann blinkt dauernd was. Die Statue ist total mit Sand bedeckt. Soll ich sie ausgraben? Ja, aber erst muss ich die Schaufel suchen. Erst muss ich die Schaufel suchen. Vorher läuft gar nichts. Was sind denn das für Problem? Aha. Der Pharao möchte etwas. Der soll warten. Der ist noch nicht dran. Also wenn ich ein Kamel zeichnen soll, das sieht eher aus wie so moderne Kunst. So, dann gucken wir mal durch die magische Brille. Da ist ein Bobbelin. Oh, mit einer Spanne. Ups. Da habe ich das übersehen, was Großes. Das und das. Das und das. Ja. Da war noch was. Glatzkopf. Der Glatzkopf aus Ägypten. Komm her, du Kamel. Du kriegst ein paar Disteln. Komm her. Hier, bitteschön. Mach dich mal drüber her. Dann kann ich nämlich in deine Tasche räubern. Hm. Hm. So, dafür ist jetzt die Schaufel. Jetzt gehen wir mal graben. So. Und schon haben wir ihn freigelegt. Jawohl. So, das ist der Spitzbad. Von dem da. Das ist der Kopfschmuck von dem da. Und das ist Pharaos Zepter. Aber mir fehlt jetzt immer noch der Pharao-Stab. Was gesprenkelt ist. Da haben wir noch was. Da ist noch was. Okay, noch mal ein Stab. Wo haben wir noch einen Stab. Wo haben wir noch einen Stab. Da ist noch was. So. Da hängt der Stab. Der hat Auge. Halt. Das Statue fällt ein Auge. Ich frage mich, was sie so... Was? Ich frage mich, was sie so anstarrt. Okay. Glas Auge. Ich habe doch ein Glas Auge. Hallo. Warum geht denn... Ah, da. Aha. 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 Ah, da. So, jetzt kriegt er seinen Vollbart. Ach, gucke mal da. Und da kriegen wir den... So, jetzt bist du dran. So. So, dann müssen wir nämlich die Paare finden. Okay, das war, glaube ich, da oben. Das war der Neuen. Das war der Scarapeus. Das ist der Scarapeus. Das ist das hier. Und das ist das hier. Simsalabim, schon können wir ran. Ah, willkommen, Sterbliche. Warum wandelst du unter den Göttern? Ich muss Anubis besuchen, um ihn davon überzeugen, nicht an diesem Krieg teilzunehmen. Ich werde dir helfen. Gut. Aber zuerst musst du mir einen Gefallen tun. Das war ja wohl klar. Die Göttin Bass hat meinen Abakus zerbrochen. Wenn du mir hilfst, ihn zu reparieren, sage ich dir, wo Anubis ist. Lass mal, ich finde den auch alleine, ohne dich. Ägyptische Götter, die sich gegenseitig Sachen kaputt machen. Was geht denn hier vor? Was ist denn hier für ein Saustall? Ach, Mann. Ja, dann fangen wir mal an. Aber zum Reparieren, ach, da ist der Abakus. Dann müssen wir reparieren. Wie, der ist schon komplett? Naja, okay. Naja, komplett. Was komplett heißt. So, da ist noch was. Ich glaube, das Nötigste haben wir jetzt hier. Okay, dann setzen wir mal unsere magische Brille auf. Schon finden wir mehr. Ja, da haben wir es noch. Da haben wir was. Da haben wir schon was. Jawohl, da. Eine leere Vertiefung in der Form eines Auges. Ich muss das Symbol finden. Ich hab's doch schon. Oh, da kriegen wir ja. Eine Flöte. Weg ist er. Da haben wir das. Und das Skorpionschwanz. Ne, da haben wir noch was. Das kommt da hin. Oh, ein Sargophag, der leer ist. Da haben wir noch vier, sechs Kugeln. Sechs Kugeln. Kugeln, 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 Kugeln. Da ist einer. Da ist noch was. Da ist der Rest vom Schwanz. Für die Hand. Okay. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Das. Und das. Jetzt brauchen wir noch Kugeln. Kugeln, Kugeln, Kugeln. Wo sind die Kugeln? Wo sind die Kugeln? Wo sind denn die Kugeln? Ja, wo? Kügelchen. Kügelchen. Kugeln. Kugeln. Ich finde keine Kugeln mehr. Jetzt gehen wir erst mal weiter. Was machst du denn hier? Warum hilfst du dem, der meine Katzen gestohlen hat? Was redest du denn da? Tod hat meine Katzen gestohlen, weil ich seinen Abba-Kuss zerbrochen habe. Vielleicht kann ich ein bisschen helfen? Hä? Warum sollte ich die Hilfe eines Menschen annehmen? Weil der Mensch dein Diener ist? Äh, na gut. Ach, wie gnädig. Ach, wie gnädig. Ja. Ist ein ganz schön hochnäsiger, ne? Auf was? Ja, das ist die Prinzessin auf der Erbser. Ja. Sie ist ja was Besseres. Was ist das denn? Das Fresco ist mit Sand bedeckt. Ich kann nicht erkennen, was es darstellen soll. Ja. Ja, ja, ja. Schon sind wir alle da. Nein, nein, nein. Wer trinkt noch einen Wein? Das war jetzt Eigenwerbung. Das war jetzt Eigenkunst. Das war selbst erbracht. Das war selbst erbracht. Meine Brille. Meine Brille. Brille, Zwille, Mille. Ah, Mille ist jetzt immer Liebe. So, da. Oh, guck mal, die hat einen Teller in der Hand. Wow. Wow. So, da haben wir noch was. Na, da sitzt eine Katze ohne Kopf. Äh, irgendwas ist noch nicht komplett. Das, das, nee, das fehlt noch. Ach, ich weiß, wo es ist. Ja, hier ist es. Irgendwas war noch an ihr. Ich wusste es. Das, so, und wo ist der letzte Pinsel? Da ist der letzte Pinsel. Da kriegt was. Das von ihr, das von ihr. Das brauche ich noch. So, jetzt gucken wir. Nee, so.